Aktien im Fokus gibt es natürlich auch in dieser Woche. Die Quartalsaison läuft auf Hochtouren und deswegen widmen wir uns den ganz großen Unternehmen. Und da passt es ganz gut, dass wir heute über Big Blue IBM sprechen, nach dem Intro zusammen mit dem Roland Jägen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ich habe es schon verraten, über was wir sprechen, über IBM Big Blue. Das kommt vom Logo her, oder? Genau, das ist sicherlich bekannt als das renommierte IT- und Beratungsunternehmen aus den USA mit einer langen, langen Historie. Und da schauen wir uns auch Ausschnitte näher an. Ja, wir haben einige Geschäftsfelder erörtert im letzten Video. In der Playlist findet man das, muss allerdings ein bisschen zurückscrollen. Deswegen heute mal ein bisschen historischer das Ganze aufgearbeitet, wofür IBM steht und wie alt es überhaupt ist. Es gibt also Beratungs- und IT-Unternehmen aus dem Bundesstaat New York und eines der weltweit Führenden, die eben branchenspezifische Produkte und Dienstleistungen für ihre Kunden etablieren. Und das betrifft eben Hardware mit Software kombiniert. Besser geht es gar nicht. Besser geht es nicht. Und man hat sehr, sehr viele Mitarbeiter, die weltweit letztendlich hier diese Dienstleistungen und Produkte anbieten und dann auch betreuen. Man ist gerade auch im Beratungsgeschäft ja sehr, sehr stark vertreten. 282.000 Mitarbeiter waren es im letzten Jahr und der Fokus, ja, der geht nicht mehr nur auf die Hardware, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, sondern hier, man sieht es schon am Namen, IBM Consulting. Also es geht mehr in diese, auch in diese Beratungsdienstleistungen, was die Produkte und Lösungen anbelagend, egal ob es für Industrie ist. Das Thema KI ist wichtig, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Und da geht es natürlich auch um Cloud Computing, um Daten und die Analyse. Und das Ganze findet in der Cloud statt und da braucht man natürlich die entsprechende Infrastruktur als auch die Sicherheitslösungen. Das gibt es alles aus einer Hand und bevor es die Software überhaupt gab, gab es schon IBM. Deswegen konnte man sich von Beginn an gar nicht darauf fokussieren, sondern begann tatsächlich im Jahre 1896 mit den schönen Lochkarten. Mit den Lochkarten entsprechend von Hermann Hollerith gegründet, 1896 als damals Tabulating Machine Company entsprechend. Und da hat man eben diese Maschinen für die Auszahlung und die Erfassung von gewissen Daten per Lochkarten hier erfunden und hergestellt. Und das wurde damals auch insbesondere zum Auszählen der Stimmzettel bei den US-Wahlen entsprechend angewandt. Und ja, dann ging es weiter ab 1911 entsprechend unter dem Namen auch noch Computing Tabulating Recording. Also nur eine leichte Umbenennung des ursprünglichen Namens CTA hieß man damals abgekürzt mit den entsprechenden Neuerungen. Und damals waren es schon 1300 Mitarbeiter, die entsprechend auch hier weiter an diesen kommerziellen Lochkarten gearbeitet haben, als aber auch an gewissen Wagen und Uhren. Das heißt, das Produktportfolio war damals durchaus auch schon breit aufgestellt. Und da stand IBM eben immer für Genauigkeit, wie auch eben eine Uhr das vollziehen muss. Und mit diesen Lochkarten ist man tatsächlich zum Weltmarktführer bekommen geworden und hat sich umbenannt 1924 in eben International Business Machine Corporation, also IBM und die Produktpalette ist noch so ein Stück weit vertieft worden, beziehungsweise es gab nicht nur die Lochkartenausleser, sondern auch die Sortierer, die Mischer und so weiter. Ich hoffe, dass die Mischung der Lochkarten dann eben erst nach der Wahl erfolgte oder eben ganz am Anfang davor und nicht während der Auszählung. Ganz genau. Und was damals schon vielleicht eine Innovation war, dass eben diese Maschinen nicht verkauft worden sind, sondern die wurden vermietet. Da hat man also schon, was man heute eigentlich von jedem Unternehmen kennt, dass irgendwelche Softwarelizenzen dann entsprechend als Abo-Modell verfügbar sind. Das hat man damals schon entsprechend mit seinen Maschinen vor 100 Jahren entsprechend. Von daher sicherlich auch ein sehr innovatives Unternehmen, was dies anbelangt. Ja, damals ist die technische Entwicklung aber auch nicht so schnell vorangegangen. Also wer sich heute zum Beispiel einen Laptop mietet oder so, der hat ja nach ein, zwei Jahren dann schon ein sehr, sehr altes Modell auf dem Schreibtisch stehen. Das funktioniert vielleicht noch mit Auto-Leasing über zwei Jahre, aber auch da ist die Entwicklung so schnell, dass viele das gar nicht mehr machen. Wer sich so ein Gerät nochmal holen möchte, beziehungsweise eines der Nachfolgeprodukte von IBM, die Schreibmaschinen, die elektronisch funktionierten, der findet bei eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel schon für 10 oder 15 Euro ein schickes Modell. Ganz genau. Also auch in diesem Bereich war man später vertreten, Schreibmaschinen sicherlich in jedem Unternehmen für die damalige Zeit der Standard entsprechend. Und in diesem Bereich hat man dann auch sehr stark expandiert, bevor dann letztendlich größere Systeme und Großrechner in den Folgejahrzehnten folgten. Ja und das Ganze musste elektrisch funktionieren und dazwischen war noch als Bindeglied von der Produktpipeline, um eben die Vollständigkeit hier zu gewährleisten. Mikrofone, Mischpulte, Kopfhörer, die eben auch eine Simultanübersetzung ermöglichten, was bei vielen internationalen Konferenzen heute ganz state of the art ist. Das wurde damals erstmalig nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und zu den Nürnberger Prozessen eingeführt. Ganz genau. Und ja, danach ging es letztendlich so richtig los, was dann auch Großrechner anbelangt. 1964, 65 gab es dann diese wichtige Großrechnergeneration, die Z-Series, die sicherlich prägend war, auch für das Unternehmen entsprechend. Und ja, heute sieht es etwas anders aus. Heute braucht man nicht mehr diese Großrechner in den Unternehmen selbst, sondern es ist letztendlich alles in der Cloud ausgelagert entsprechend und dann in entsprechenden Rechenzentren verortet. Und da ist IBM mittlerweile sehr, sehr stark positioniert. Die haben aber dann die Großrechner, also die muss es schon noch geben, bloß man hat sie nicht mehr im Keller einer Firma stehen und hat hier tatsächlich auch kein eigenes Betriebssystem für entwickelt, sondern hat die Open-Source-Projekte mit vorangetrieben, wie zum Beispiel Linux. Die laufen auch heute noch auf den IBM-Servern. Ja, ganz genau. Und ja, dann ging es letztendlich so, dass man sich 2004 entschieden hat, aus dem Geschäft, was Privat-PCs anbelangt, die PCs und auch die PC-Sparte, auch was die Laptops anbelangt, zu verkaufen. Und entsprechend den Syncpad, den damals noch IBM verkauft hat, stellt heute mittlerweile Lenovo her. Immer noch ein sehr, sehr renommierter Laptop und PC, insbesondere für Unternehmen, der insbesondere für die Langlebigkeit bekannt ist. Und die Festplattensparte ging entsprechend an Hitachi und man hat sich wirklich fokussiert letztendlich auf die Unternehmenskunden. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass zu mir ein Laptop-Verkäufer gesagt hat, möchtest du einen ganz schicken, schmalen Laptop, den du vorzeigen kannst, der aber, wenn er runterfällt, kaputt ist? Oder möchtest du einen Lenovo, der robust ist und dafür ein bisschen klobiger aussieht? Ja, ganz genau. Also ich bin auch ein Fan von diesen Syncpads, muss ich sagen. Die gibt es mittlerweile ja auch gebraucht entsprechend oder refurbished für einen ganz entsprechend annehmlichen Preis. Und die sind wirklich so robust, die kann man wirklich viele, viele Jahre nutzen, ohne dass man Probleme bekommt. Und in der Tat, auch wenn sie mal vielleicht auf den Boden fallen. Ja, und damals gab es, weil es eben auch mehr Sparten als heute gibt, auch viel, viel mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. 355.000 wurden ungefähr verzeichnet 2006 und dann sollte ja auch noch ein großes Unternehmen übernommen werden, die Sun Microsystems. Da scheiterte es an der Ziellinie und der Datenbankspezialist Oracle war einfach schneller. Genau, der war in der Tat schneller. Das heißt, daraus ist letztendlich nichts geworden. Ende 2021 wurde dann auch das Infrastrukturgeschäft in ein eigenständiges Unternehmen namens Kindrill ausgelagert. Das heißt, man wollte sich wirklich sehr viel auf diese Beratungsdienstleistung fokussieren. Und das hat letztendlich in den letzten Jahren auch sehr gut funktioniert. Und das ist die Aufstellung des aktuellen IBM-Konzerns, also Datenbank, Server Analytics, KI, maschinelles Lernen ist auf alle Fälle hier Mitte dabei. Und das ist ja auch das Buzzword, was in den letzten zwei Jahren an der Börse sehr gut honoriert wurde. Genau, das wurde sehr gut honoriert. Von daher ist die Aktie ja auch letztendlich vielleicht relativ spät, aber sie ist wieder in den Aufwärtstrend übergegangen und hat in den letzten Jahren sehr gut performt, muss man sagen. Ja, Grund dafür sicherlich auch das entsprechende Modell hier, diese IBM-Komponente WatsonX.ai, wie sie heißt. Und die bietet ein Studio integrierter Tools für die Arbeit mit generativen KI-Funktionen entsprechend. Und das wird natürlich auch für die Erstellung von Modellen und vom maschinellen Lernen benutzt entsprechend. Und das ist sicherlich ein Thema, das auch in den künftigen Quartalen hier für entsprechendes Umsatzwachstum sorgen soll. Ja, und Watson war schon als quasi künstliche Intelligenz oder beziehungsweise maschinell angelernte Serverstruktur bei vielen Rateshows und anderen Events vertreten. Zum Beispiel 2011 hat erstmals das Watson-System bei Jeopardy in den USA alle menschlichen Gegner geschlagen mit den Antworten. Ganz genau, da war man schon sehr früh auch positioniert in diesem Bereich. Damals hieß es vielleicht etwas langweilig maschinelles Lernen. Heute heißt alles KI, auch wenn der Weiterentwicklungsschritt nicht unbedingt sehr, sehr groß war, sondern man hat ja wirklich das Wissen hier bei IBM schon seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen. Ja, und man hat dann auch im selben Jahr übrigens den Schachweltmeister geschlagen mit diesem Wissen, was Watson sich angeeignet hat. Also durchaus ein sehr, sehr intelligenter Computer, wo viele Firmen sagen, so ein Ding möchte ich mir dann doch mal in den Keller stellen. Wir haben hier ein Beispiel von T-Systems einmal so einen IBM-Serverschrank zu Bilde gebracht. Und die sind gar nicht mehr so groß, als dass man hier ganze Räume für braucht und auch nicht mehr so laut. Also das sieht fast schon aus wie ein perkömmlicher Kühlschrank. Ganz genau, sieht interessant, auch futuristisch aus von der Aufmachung her entsprechend. Und ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Man ist wirklich auch weltweit vertreten hier in mehr als 175 Ländern entsprechend. Und insbesondere natürlich auch sehr stark bei Behörden entsprechend. Auch weltweit setzen viele auf die IBM-Technologie entsprechend, weil sie sich einfach bewährt hat, auch über die letzten Jahrzehnte. Ja, das geht über alle Branchen hinweg. Also Finanzdienstleistung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, weil man eben sehr effizient arbeitet und die digitalen Daten dann eben dann gleich in der Cloud mit ablegen kann. Also als Hybrid-Cloud-Plattform verkauft man das Ganze. Und mit Red Hat hat man ja auch einen starken Partner. Das ist ja übrigens auch ein Börsenunternehmen aus den USA gewesen. Ganz genau. Und ja, jetzt hat man die Quartalszahlen mit Spannung erwartet. Die kamen in der letzten Woche raus und da schauen wir direkt auch mal drauf. Der Konzernumsatz ist weiter angestiegen. Zwar nicht unbedingt in dem zweistelligen Bereich, sondern 2% könnte man als moderates Wachstum hier bezeichnen auf 15,8 Milliarden US-Dollar. Aber damit hat man in der Tat auch die Prognosen der Analysten hier schlagen können. Auch der Gewinn ist entsprechend weiter hier angestiegen. Und da hat man letztendlich 2,43 Dollar verdient, je Aktie. Das war auch deutlich mehr, als die Analysten hier prognostiziert hatten. Insbesondere die Bruttomarge ist auch sehr erfreulich ausgefallen mit 56,8 Prozent. Deutlich mehr als im Vorjahresquartal und im Vorquartal. Und auch die Prognose, was den Cashflow anbelangt, den Free Cashflow, ist angehoben worden auf 12 Milliarden US-Dollar. Also insgesamt können sich die Zahlen durchaus sehen lassen. Deswegen auch die positive Reaktion in der Aktie. Das hatten wahrscheinlich die Analysten im Vorfeld gar nicht so positiv erwartet, dass es dann doch so ein starkes Wachstum gibt. Die Aktie ist direkt vom Fleck weg nach den Quartalszahlen angestiegen und hat vor allem auch in einem negativen Marktumfeld dieses Plus halten können. Ja, genau. Die letzte Woche war ja durchaus schwierig, gerade für Technologieunternehmen. Und da konnte man sich aber in der Tat behaupten, auch auf Wochensicht. Wenn man in die Prognosen reinschaut, sieht man, dass letztendlich hier auch der Turnaround gelungen ist. Schon so 2022, spätestens dann 2023, nachdem er vorher schwierige Jahre hinter sich hatte. Insbesondere was Umsatzrückgänge anbelangt. Auch die Margen sind ja deutlich unter Druck geraten über die Jahre 2020, 2021, 2022. Aber man hat sich stabilisiert. Man sieht hier wieder Wachstumsraten eigentlich in allen Bereichen. Und auch die Prognosen für die nächsten Jahre sehen durchaus zuversichtlich aus. Wir blicken noch mal ein bisschen tiefer in die Bilanzdaten rein. Also beim EBDA haben wir einen klaren Aufwärtstrend. Die Zinsen werden jetzt auch langsam weniger. Also das heißt, man kann operativ auf einen Cashflow bauen, der weiter steigen kann. Und damit ja vielleicht auch nochmal ein Unternehmen zukaufen oder eigene Prozesse weiterentwickeln. Ja, denke ich auch. Da muss man weiter investieren, gerade auch was das Thema KI anbelangt. Aber da schiebt man sicherlich auch möglicherweise nach der einen oder anderen Übernahme eines kleinen Wettbewerbers, womit man dann vielleicht auch das eigene Know-how noch weiter erweitern kann. Also insgesamt hat man da auf jeden Fall wieder Spielraum, um auch weiter zu investieren. Ja, die weiteren Kennzahlen haben wir hier mit ins Blickfeld gebracht. Die kommentieren wir nicht unbedingt weiter. Kann ja jeder auch mal Pause kurz drücken im Video oder in der Playlist nochmal zurück spulen. Was aber wichtig ist natürlich für die Bewertung der Aktie, ist die Bewertungskennzahl wie zum Beispiel das KGV. Und damit ist der Wert bei einem 21er KGV gar nicht mal zu teuer. Nee, nicht unbedingt zu teuer. Also durchaus auf einem attraktiven Niveau hier wieder im Bereich von 20 bis 21. Und damit liegt man auch unter dem Branchendurchschnitt entsprechend und wird damit natürlich auch für mittel- bis langfristige Investoren wieder interessant. Zumal man ja auch zuletzt immer wieder die Erwartungen geschlagen hat, was die Quartalszahlen anbelangt und dann entsprechend auch positiv reagiert hat. Ja, in der Peer Group befindet man sich von der Marktkapitalisierung fast auf einer Linie mit der Tata Consultancy Services und mit einer Accenture, die wir eben auch uns schon mal näher angeschaut hatten, in einem der Formate. Und die Analysten sind mehrheitlich von einem Halten zu kaufen immer wieder hin und her gezogen, weil es einfach die langfristige Perspektive hergibt, dass IBM weiter stabil wächst. Ganz genau. Und auch die Performance-Daten der letzten zwei Jahre, jetzt geben der Aktie eigentlich recht, ein sehr, sehr gutes Jahr 2023 hat man vollzogen und auch in diesem Jahr war der Start sehr, sehr positiv entsprechend. Dementsprechend im aktuellen Jahr sind es circa 17 Prozent bis dato gewesen und man sieht hier auch in den kleineren Zeithorizonten deutliche Aufschläge. Ja, das ist das beste Jahr seit 2019 und wir haben erst den Juli, also vielleicht kommt da noch was weiter. Wir schauen gerne mal ins Chartbild mit dem FreeStocks-Tool hinein, was sich hier für Alternativen und natürlich auch potenzielle Einstiege im aktuellen Kontext bieten. Ja, die Aktie ist letztendlich nach der langen, langen Seitwärtskonsolidierung schon Ende des letzten Jahres angesprungen. Entsprechend hat es ein sehr, sehr positives Momentum auf der Oberseite gehabt. Kam dann zurück entsprechend und dann gehen wir mal direkt rein in den Tagesschart, da sieht man es noch besser. Der Ausbruch über die Marke von circa 150 Dollar, dann entsprechend hier die Allzeithochs, die wir dann im März gesehen haben. Knapp unter der 200-Dollar-Marke bei 199,14, dann kam die Aktie relativ stark zurück zu dieser horizontalen Unterstützung und zum 200-Tage-Durchschnitt im Bereich von 164 Dollar. Und seit diesem Test, seit Anfang Juni, hat die Aktie deutlich zugelegt. Entsprechend, das setzt sich jetzt hier nach den Quartalszahlen fort. Man sieht diese sehr, sehr positive Reaktion am Donnerstag und am Freitag hat man sich letztendlich innerhalb dieser Range vom Donnerstag gehalten. Von daher, ja, auf der Oberseite der Weg frei Richtung Allzeithochs und dann auch der Rundenmarke von 200 Dollar. Aktuell steht diesem wenig entgegen und da muss man schauen, ob da die Aktie vielleicht weiter konsolidiert, bevor dann der nächste Schritt genommen wird. Auf jeden Fall das Chartbild weiterhin sehr, sehr positiv in diesem schönen Aufwärtstrend. Und das werden wir uns auch weiter selbstverständlich immer mal wieder mit Updates versehen anschauen. Das Chartbild von IBM und weiteren großen Unternehmen, denn in dieser Woche melden ja noch andere aus dem Dow Jones und aus dem Nestle, die von der Marktkapitalisierung sogar noch über der IBM stehen. Ja, viele Schwergewichte vermelden in dieser Woche, von daher werden wir sicherlich die ein oder andere da noch updaten. Ja, ich freue mich drauf und wünsche schon mal allen Zuschauern und Zuschauerinnen viel Erfolg und Freude bei unserer Bericht über Fragung. Danke dir, Roland Jegen. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.